Ah, blöd! Da haben wir nur den Punkt. Was haben wir denn hier? Da haben wir einen. Gut! Kommen wir muss da hoch. Ich möchte das Fahrzeug da oben haben. Nein! Los, ich möchte da rein in den Kreis. Ah, verdammt! Aber macht ja nichts, denn jetzt haben wir eine frei. Jetzt kann ich ja einsteigen in das Fahrzeug. Warten wir mal ein bisschen näher ran an das Ganze. Halt, bisschen zurück. So, das ist meiner, wo er drin sitzt. Ne, da, das ist der. Ah, okay! Das ist der hier. Der hat aber fast keinen Sprit mehr. Was ist denn hier oben eigentlich? Oh, da ist das Vulkanloch. Da sieht man aber nicht gescheit rein. Schade eigentlich. Okay, cool. Und da wäre, glaube ich, ein kompletter Weg hochgegangen. Ne, ne? Na gut, aber der könnte noch ein bisschen funktionieren, dass ich zumindest mein Ding hochziehen kann. Ey, was ist jetzt mit dir los? So, mal schauen. Ach, der hat sogar Reparaturteile. Cool. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den irgendwie schon hinkommen. Nein. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie der steht. Ne, der ist schon noch weiter hoch. Ah, wohl. Könnte hinhauen. Ist das einer? Ist das? Ja, das ist er. Cool. Auto. Und ziehen. Ah, nein! Loslassen! Verdammt! Ich habe ihn falschen Bricht gehabt. Fahrzeug wechseln. Ja, das ist blöd. Der steht so ganz, ganz blöd. Ja, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Sieg Witze, äh, ist eigentlich ganz cool. So, jetzt Moment. Dann schauen wir mal den hier. Und ziehen den mal hier runter. Nicht kippen. Oh, da ist sogar Lavagestein. Das glüht ja noch. Normal müsste jetzt brennen. So. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht vorwärts. Ne, ich hänge da voll fest. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Wir teleportieren die jetzt eh zur Werkstatt. Und zwar, wo waren wir jetzt? Ah, hier. Nein. Das ist die geschlossene. Hier hin. Genau. So. Ja. Dann stellen wir dich mal da hin. So. Und dann... Wo ist der andere? Hier? Nein. Auf. Ah, dann. So. Gut. Und dich teleportieren wir auch zur Werkstatt, dass du gleich repariert wirst. So. Hopp. Nein, du sollst da zur Werkstatt. Jetzt. Gut. So. Bleib stehen. Ähm... So, wo waren wir jetzt noch nicht? Da haben wir noch eine Verdeckung offen. Die vier und dann haben wir die Map offen. Okay. Dann würde ich sagen, ist das der nächste. Aber dann nehmen wir jetzt ein anderes Fahrzeug. Obwohl, da können wir den gleich mal nehmen. Ha. Ne, der soll... Er weiß nicht. Äh... Reparaturpunkte sind jetzt schlecht. Erstmal, ey. Weil wir fahren ja jetzt eh erstmal frei. Aber der soll die großen Räder nehmen. Gut. Okay. So. Dann... Dahin. Jetzt müssen wir bloß gucken, in welche Richtung das wir dann fahren müssen. Und zwar... hier lang. Ja, Carlos. Dann leg dich erstmal hin. Ja, das geht eigentlich schnell. Ich spiele jetzt gerade... Wie lange bin ich jetzt auf... Ja, eine Stunde bin ich jetzt ca. auf Livestream. Und in der Stunde freigefahren. Das ist die neue Map, die ist seit gestern, glaube ich, vorhanden. Ich bin jetzt richtig? Jawohl, genau. So. So. Und... So, jetzt müssen wir hier hoch Oh, was haben wir da oben? Komm, 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 hopp, hopp Ey, was da zu fallen ist Ein Dörfchen oder was? Ey, das sieht ja mal cool aus Das sieht ja mal cool aus Zur fallene Hütte Ah ja, schon, 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 schon cool Ja, stimmt, das ganze Game, die ganze Engine Und wenn man überlegt, ist eigentlich nur Kickstarter Was heißt nur? Ist ein Kickstarter Projekt Und kommt sowas Geiles dabei raus Da können sich viele andere Entwickler mal eine Scheibe abschneiden Jetzt mal schauen, müssen wir da lang Da könnte man eventuell sogar lang kommen Genau, da müssen wir durch Hopp, dann mal los da Ey, komm, nicht schwächeln hier Okay Na mal los hier Los, 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 komm Oh Mann Alter, nicht kippen Gut, gerettet Kommen wir da durch? Ja So, mal kurz gucken So, mal schauen Ah, da, da, da Da sind wir ja schon gleich Okay, das heißt Nochmal kurz zurück Nein Scheiße Scheiße, okay Scheiße Scheiße, scheiße Ich glaube, das ist er Nein, das ist er nicht Ja, gesteuert mit den Cursor-Tasten oder W, A, S, D Dann mit V gehst du in den Ding-Modus, dass du die Winde anbringen kannst und so weiter So, dann nehmen wir mal Bergungsfahrzeug brauchen wir Wir müssen nämlich jetzt retten fahren, verdammte Scheiße Sattelkupplung nicht verfügbar, okay Ist klar Brauchen wir jetzt eh nicht, gut Ja, dann geht's mal los hier Ja, nicht nur du, ich glaube, den Truck hätte jeder mal gerne So, jetzt heißt es, wir müssen den ganzen Weg jetzt nochmal fahren Um den, jetzt versuchen wir nämlich den zu retten, zu bergen Mit dem Bergungsgran Das habe ich noch nie richtig hinbekommen Aber manchmal muss man das halt tausend mal üben Gut, gleich geht's weiter, kurzen Moment Ach Mann Mal was für meine Gesundheit tun Ich weiß, es ist ungesund, aber mein Gott, was soll's Und dann was trinken Zum Glück ist es heute nicht so heiß wie gestern Gestern war es ja unerträglich Heute kann man wenigstens noch atmen So Ich habe gerade nicht viel, nur fünf Ist ein spontaner Livestream Keine Werbung, die macht gar nichts Deswegen schauen uns so wenig zu Und die meisten werden jetzt eh noch am Baggersee sein Oder sonst irgendwo Bei dem Wetter Aber ich hatte jetzt einfach Bock Einen Livestream zu machen So, dann hoffen wir mal, dass wir den dort durchbringen Aber das höchste waren sieben, glaube ich Wo ich kurz gesehen habe Es ist mehr, wenn ich Werbung mache Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Werbung gemacht Deswegen sind es nicht so viele Oh Mann, der ist wieder lahmarscht Der LKW Der bleibt wieder überall hängen Der ist wieder schwer zu fahren Und zieht jede Menge Schaden Also jedes Fahrzeug ist verschieden Ei, 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 ei Na, Zockerwochenende ist ja noch nicht Ich bin ja gespannt Es soll ja auch so sein, dass man Fahrzeuge modden kann Ich bin ja gespannt, was da dann alles kommen wird Ja, ja, ich weiß, dass du Sven bist ETS2-Skin, wer soll es sonst sein? Sven Richter So, wir fahren jetzt Ja, wir fahren geradeaus weiter Und fahren drüben rüber Müsste irgendwie machbar sein Und da ist es nämlich nicht so eng Ach, da steht auch wieder eine Hütte Ey, man entdeckt immer wieder was